also herzlich willkommen leute zu diesem neuen video ich wünsche euch mal einen schönen guten morgen aber zuerst wenn das video jetzt kommt like da ein abo da und vergesst nicht ein video zu daumen hoch zu geben und vergesst nicht mein so kanal zu abonnieren dann verpasst euch noch nie meines youtube videos und link in beschreibung steht folgt mich auf wie also folgt mir auf instagram sich pavone 839 und abonniert abonniert mir abonniert mir den zweiten kanal auf youtube auch link in beschreibung also zweiter youtube kanal und insta account link in beschreibung und schreibt man in die kommentare was ich noch mal für video soll ich machen und ja und ich würde mal sagen ich könnte um diesen text lesen und wie habt das also wie wie hat es euch weihnachten gefallen also wie hat es euch den weihnachten gefallen also ich muss sagen trotz wegen diesen corona situation muss ich sagen es ist nicht gut also es ist nicht so schön gewesen man darf nicht feiern man darf kein menschen einladen und man darf nicht mal draußen gehen abend und das bin ein bisschen scheiße und hoffentlich geht das ganze wieder gut wenn ihr diesen video euch gefällt dann lasst ein like da lasst ein abo da und ja ich habe einen schönen weihnachten gehabt ich habe parfüm bekommen und einen rucksack ich bin so zufrieden ich muss nicht alles bekommen aber leute ich war und das war's und das war's mit diesem video hoffentlich hat es euch wieder gefallen da man hoch ist das video gut und da man nach unten ist nicht gut also da man hoch ist gut gewesen video und da man nach unten ist nicht gut gewesen und ich würde mal sagen morgen morgen geht es weiter an diesem youtube video also morgen geht es weiter und leute es wird lustig morgen den zweiten kanal morgen wird einfach zu krankes video morgen einfach zu kranker video und dann geht es weiter an